recht herzlich willkommen zur 166 folge von towns überlaufen es wieder und wir waren hier oben und haben da noch mal reingeguckt was die da heute machen können da könnte man auch ein bisschen was lauer machen ja so das geht schon das geht auch das geht auch das muss auch gehen müssen eigentlich alle gehen und hier müsste es doch auch schon gehen da ist auch den da vielleicht aber der geht auch weil da einer ist läuft da ist noch keiner der geht aber auch schon ich glaube die gehen schon alle da ist schon das geht auch nach oben geht da nicht männer müssen wir mal gucken können die auf der anderen seite hoch ja können sie oder ob da können die hoch weil wenn irgendwann der letzte schrank hier besitzt ist dann können immer hoch der geht auch der sogar selbst der geht schon lasst uns gerade überlegen der geht der geht der geht auch der geht nicht weil kommt zack bis dahin und ich glaube die gehen auch alle hier den sollte man die ecke machen ist das wieder schick nach so und war ins erdgeschoss hier sind sehr schön am arbeiten bote sind da was macht die außenanlage die bäckst und gedeiht aber hier passiert nichts hier oben haben wir ohne mauer die ist aber schon wenigstens weiter gebaut worden hier nochmal hin stufe zurück und dann in die steinabteilung so so die können wir auch schon ruhig bauen da muss man überlegen ob man da hoch geht oder nicht aber eigentlich kann man das auch machen ich weiß jetzt nicht gerne ich glaube da ist die mauer dann aber das will er dann nicht okay gut laufen sie noch glauben sie sind in pause na ja dann schauen wir mal was das problem ist ein angriff okay das sind ein paar mehr aber das sollte auch nicht die schwierigkeit sein gucken wir mal was unsere zombies und machen ja da sind zwei reingelaufen und da sind drei reingelaufen ich glaube wir warten den da noch ab also hier kommen wir schon mal close an lockt door machen und da auch und da wenn er dann noch durch wollte dann wäre schön oder so jetzt mal ein befehl jetzt läuft der nicht mehr ist auch klar der andere der gd er durch wieder da da ist ja so das hat klappt henry isabel gregory ja ok anlockend openboden dauer einmal marschbefehl hier hin und den können wir removen jetzt gehen die doch wieder dahin einmal alle bitte zurück mach den jetzt mal weg hier und dann machen wir den auf und dann gibt es erstmal hier ein händer ok jetzt sind sie weggelaufen aber er ist trotzdem dran ok das war jetzt nicht so prickelnd so jetzt gehen sie dahin greifen den an der ist auch schon dran gut dann können wir hier die tür aufmachen und sitzen da den punkt auf geht's angriff und da bitte weiter kämpfen ok da läuft noch einer durch die wand und hier ist keiner mehr ja das heißt tür öffnen hier den punkt auf jeden fall und hier können wir die weg machen glaube dann haben wir keine mehr oder der läuft jetzt noch hin weil da sich einen gemerkt hatte das bedeutet wir schließen jeder kommt schon einer was wollte denn holen lassen da was holen ok haben wir noch einen händler ja ja tatsächlich der braucht noch 28 knochen na dann lass es noch gerade offen bis die 28 da sind hier sind aber nicht mehr ganz viele zwei oder so gut da kommt noch einer oder das ist glaubende wache oder nee wohl doch nicht komisch doch und knochen ich glaube jetzt sind die knochen hier unten weg close and lock wurden nur an lock lock die können wir mal zu machen wird zur sicherheit der kommt zu spät nur jetzt die frage ob die weniger werden ich glaube nicht 53 leute haben wir noch haben wir nicht schon mal 56 in der zwischenzeit wieder gehabt da ist schon wieder jemand gestorben ok das war bei dem andere von hier oben wahrscheinlich ne schicksal haben wir dennoch hier so ein friedhof eigentlich oder sind die gräber jetzt wahrscheinlich ist das schief gelaufen ja und da ist noch einer ich weiß nicht wenn wir den jetzt frei machen das kommt nicht gut aber wir könnten jemand ein paar gräber irgendwo machen dekoration hier machen wir mal fünf stück hier am ende oder ach so ein neunerfeld das wird schon passend sein da ist schon okay irgendwer wird da schon hingebracht ne kräftig am essen oder kräftig am essen oder na denn warum mag grad nicht wie weit sind sie hier oben zu wunderbar ist das tiefer dahinter wie wohl so aus na na ja aber wir haben 52 ist schon wieder einer gestorben oder eine das war hier unten auch interessant hm wie sieht sie mit den 28 knochen aus sind noch 20 boah hier ist so viel was man holen können und dann gehen sie nicht runter ey schon wieder pause ne 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 laufen noch da ist ein held gekommen oder ne ne laufen noch da ist ein held gekommen oder ich will auch gänge gemacht hier haben wir schon richtig Mauern gezogen beziehungsweise gänge hier laufen schon wieder welche darüber rum ne Der muss hier noch einen Meter weiter gehen. Danke. Und das können wir da auch noch mal machen. Und dann geht's denke ich mal hier auf. Und da auch. Und dann machen wir hier einen Patrol Point hin. Und los geht's. Wir sind das. Glaube genug machen wir da erst zu. Den weg. Und dann greifen sie da erst mal an. Eins, zwei, drei Leute von uns. Sollte reichen. Kommen hier nochmal auf. Und den wieder zu. Dann kann er hier noch weiter machen. Der ist müde. Aber komm das war Austausch jetzt. Hier ist keiner. Das heißt wir machen den nächsten Punkt hier hin. Den weg. Und zu kämpfen. Passt. Da ist auch noch einer. Und da machen wir auch noch einen. Und dann läuft's. Den können wir removen. Und den auch. Gut. Dann sind wir da fertig. Ich glaub das werden weniger. Kann er sein. So. Da kommt der Punkt hin. Dann können wir hier ausmachen. Und da closen. Sind hier noch Knochen. Sind hier noch Knochen. Ne. Machen wir zu. Und dann machen wir hier auf. So läuft. Die streben hier hin. Ne. Die wollen hier hin. Eigentlich müssten wir hier so langsam anfangen. Und uns vortasten. Oder? Da sind noch ein paar viele auf einmal. Aber irgendwann haben wir den Raum auch aufgeräumt. Oder? Wir fangen ja langsam an. Gut. Aber ich würde sagen. Für die Folge soll's wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen. Wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.